Herzlich Willkommen zurück Leute zu einer neuen Folge Coming mit Kunran Und die hallo So Haus im Wasser Schnell zur Tankstelle Komm schon gib mir irgendwie ne Waffe Rucksack Leute ich habe den nächsten Rucksack gefunden Aber auch zum Glück jetzt ne Waffe Bei mir sind so viele Sachen zum Verkaufen Das ist eigentlich echt gut Aber der Ort ist echt heiß Lugatien ist nicht bis Ja das ist ein bisschen weit Ich muss das Haus oben noch mitnehmen weil ich noch keine Knuckles hab Ich hab ne T2 Waffe für dich Ich hab also ich hab jetzt zwei T2 Waffen und ich hab noch nen Rucksack über Ist er noch weit weg Ja das ist das Problem Ich hab jetzt hier fixe ob ich hier Knuckles finde Muscleman Und da Oh nein Oh nein Ein Hemoblast Ich hatte übrigens jetzt die Tage tatsächlich mal zwei Hemoblast gefunden und da würden 120 Leben Also die Staken Also die Staken Gibt es ein Hemoblast Airdrop Oh gute Frage Ich hätte ihn noch nicht Der Hawkeye Der Hawkeye oder so ist ja auch neu Ja Hawkeye ist aber ja T3 Bogen ähm Und die beiden Granaten Gas und Gift Granate Du hast nicht zufällig Knuckles gefunden oder? Ne Nur Spritzen Das sind viele Ja Hey Contestants was just beaten to death Hab ich nicht irgendwo Funk gehört? Hier ist einer drinnen oder drauf Ah shit du musst erst herkommen weil ich hab grad meine Nahkampfwaffe zu nem Bogen gemacht Alles gut Wie gesagt war einer drauf Auf dem Oder drinnen Ich hab auf jeden Fall Metall gehört Ist drinnen Ich hol ihn raus Sind doch beide Wenn ich mich nicht irre Ich schieß wieder drauf komm nach rechts Ne der ist alleine oder? Neuer Rucksack aber hier kommt noch wer hinter uns Könnte der Maid sein? Neuer Rucksack haben wir zweimal Pony ammer Noch nen Rucksack haben wir zweimal Pony ammer Der hatte irgendwas Metall an dem Sauer Wir brauchen wieder zwei Steine oder nur einen? Einen Einen Ok hat er sonst noch was getroppt? ManTracker hast du von ihm aufgehoben? ManTracker ja Ja Ok mehr hatten die glaube ich nicht Ich fürchte der war hier schon drin aber Naja der wird hier Aber oben war er noch nicht Der ist wahrscheinlich schnell los gegangen Nimm du Funk mit Da ist noch was im Kühlschrank Noch nen Backpack Puh Aber den kann man diesmal verkaufen Der ist immerhin was wert Ja verkauf du Oben im Kühlschrank ist Funk Oben drauf ne grüne? Ne Ich hab jetzt den Speer, Bandage und Medkit übrigens Ja ich hab auch noch ne Bandage Und ich hab noch ne Alarmgun Die hab ich immer noch nicht verkauft Weil in der Hoffnung Damit könnte man noch nen Airdrop abschieben Mhm Ja wie immer Also wie auch letztes Mal schon Der Airport ist so ne Todesfalle Wenn der Gaskontillier davor ist Ja Absolut Ist alles weg Schade Was find ich jetzt eigentlich für nen Airdrop Okay Lohnt sich nicht Aber ich hab 150 und könnte ne blaue holen Also ein holen aus vorne Da droppen wir hin Ja 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 Kannst du den ManTracker checken? Nicht in der Mitte Bis jetzt Okay Aber die Mitte ist ja auch noch 100 Meter Ja ja klar Das heißt das sagt wer nicht Doch jetzt geht einer zur Mitte Der nächste ist Richtung Links Insel Kann leider nicht schneller rennen gerade Dort die rennen auch zur Mitte Ja kommen grad durchs Wasser Die sind braun aber länger als wir Bin gleich da Ich schieße Melee Weapon Pipe Ranch Äh Crafted Dynamit noch Ich hab jetzt grad erstmal die Pipe Ranch Und einen Schuss hab ich jetzt auch noch Wir sind hier irgendwo Über uns 30 Meter vor mir Ja an der Ecke da Was macht der da? Ich will da ne Claymore legen Okay Ich hab kein Platz für irgendwas Ja ich wollte Ähm Ähm Ja wichtig Alarm Der Alarmgein ist halt immer noch geil Ich mag die Äh quasi Finale Dann sollten wir doch nochmal weggehen Ich hab nämlich noch nicht genug Credits Wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Äh 50 Okay Ich hab ja noch ne Ich hab ne zweite T2 Waffe jetzt aktuell Ich denke zu dem Zeitpunkt jetzt würde ich behalte ich sogar den Speer Einfach um die Arme wegzumachen War noch irgendwie Du hast die Die Dingens mitgenommen oder das Hackebeil Ja ich hab die Die Axt damit Vesperschläger haben wir hier Ich kann nur was holen Hier unten ist ein rotes Fass drin Das könntest Ja ich brauch fünf Fangen Ja unten ist ein rotes Fass Dann gehen wir auf die Brücke noch Mal fix hier oben Oh ne in die Richtung sind die Nehm ich den doch ein Drei Einzelne Moment es sind drei Einzelne? Drei Einzelne ein Team Ah ok Also Nehmen den Airdrop hier Drei Einzelne Drei Einzelne Drei Einzelne Immer noch Richtung Brücke Immer noch Richtung Brücke Hast du in Pump geguckt was da für ein blaues drin war? Einmal ne Spritze Ok So die Orangene Stimmt ja ich erinnere mich Ich hab halt immer noch 196 Fangen und T2 Waffe Ja du kannst meine Machete noch verkaufen wenn du willst Und die Spritze wenn du die auch noch dahin gehst Du hast jetzt nen Hammer oder was hast du? Ja Äh Fireman's Axe Äh Axt Ich werf die Spritze auch noch dahin Obendrauf Obendrauf Nächsten oder der oder die Nächsten Gibt es echt obendrauf Gut Vielleicht hätt ja sowieso genug für Aber vielleicht gibts nochmal Funk dazu Das ist mein Schwer dann Ok Hab ich irgendwas gedroppt? Lass uns mal Die blauen Nächsten sind jetzt nicht mehr in der Mitte sondern Äh Norden Vielleicht kommt da noch wer Ich würd gerne ähm Water Treatment hinten gehen Und schauen was da ein blaues war Lohnt sich 3-Crate-Monti nicht? Ja doch aber bis Ich denk bis Wir bleiben ja mehr oder weniger hier Das sollte eigentlich locker drin sein beides zu machen Da der ist grad ein Aird Oh ich hab ihn Ich hab's gesagt Dom ist im Airdrop? Ja äh ich bin abgedreht Weil der war noch ziemlich schnell Jo Der ist noch lange nicht da Wo er hin soll Schöner Schuss Oh guck mal der selbe Airdrop für dich Oh das ist ja nett Ähm Ist das Dynamit noch irgendwie mit? Ja Ja wunderbar dann hauen wir ab Warte ich nehm die Spritzen einfach Okay mach du Jo Und bleibt ja nackt Brennt weg Beklaut Und die warten Wo kommt der denn? Ähm Kommt der nicht Dann Weiß nicht ob wir nochmal nach ne Spritze Ob wir das eine war ja wirklich ein Orange Juice So mit dem Außen davon ist ein Orange Juice So mit dem Also ich hab sowieso noch einen Orange Juice im Moment Der war ja in dem in dem Glühpinata Den Airdrop stieß Nächsten sinds wieder rechts von uns Insel War das hier? Ja Soll ich den rufen? Hast du Platz dafür? Äh ich kann irgendwas verkaufen Soll ich Bandage oder Mantracker abgeben? Mach Mantracker Wir suchen so Wir lassen ja eh zu uns kommen Nimmst du mit? Und dann lass Mitte gehen wegen Streetcrap Monty Ich würd sagen wir machen das trotzdem noch auf Oder? Oder warten wir? Ja ja Wir sollten es Weil nicht dass da jetzt in irgendwas Gutes drin Ja das ist doch schön Wir haben ja beide ne Bandage Ja Mach die erst Machst du die erste? Mach nur noch neun Schaden keine Blutung mehr ne? Oh ja Bodyarmor Ah stimmt Mir hat es drei Schaden gemacht What the fuck? Okay Guck mal ne Rifle Hast du noch Platz? Ähm Warte ich benutze die Bandage Ja Da ist doch ein Mantracker wieder Ja 50 Meter sind schon da Ja ja Habts gehört Die Frage ob das ein einzelner ist Dafür auch gar kein Auf das Zweierteam das Dynamit Da ist ein einzelner Den einfach so Ja Wo ist er hin? Hier runter gesprungen Der hat nen Mantracker Ah Mantracker Ich hatte erst ein bisschen Angst Das war Remote C4 Er läuft mit dem Mantracker Läuft immer noch Er läuft nicht mehr Weil er nicht mehr laufen kann Warte What the fuck? Irgendwie hab ich den Ton ganz falsch gedeutet Oh der hat er wird geschluckt Oh der hat er wird geschluckt Ja Noch mal kurz einen Teil Links höre ich nen Airdrop Boah ganz hinten Am Ende der Map Hinter der äh hinter dem Stadion Der Map wird jetzt kleiner Im Fall Können wir am Können wir am Können wir am Tunnel warten Vielleicht kommen sie ja wirklich da Witzig Willst du auch irgendwas Fernkampf mäßiges Mann ich hab immer noch nen Bogen Ich hab eh kein Schlotze wirklich Könnt ihr das Matkit droppen? Ne Ja wir könnten die beiden Sachen tauschen Ja Was du wenigstens Bus Weiß nicht wie weit der Airdrop gerade fliegt Der fliegt glaube ich sogar noch weiter oder? Ich seh ihn nicht Muss ich bestellen Aber dann müssen sie ja schon fast durch den Tunnel oder durch den Bunker kommen Ne hinten bei Calpeppers glaube ich sogar Wir werden sie nicht lang kommen Ich mach das Ding eben an Dann gehen wir zu Calpeppers Falls sie hier drin sind Man weiß ja nicht Vielleicht sind sie in dem Tunnel drin Das kommt auf jeden Fall schon Ne da wollten wir was Huch Köln Ich schwören kann ich den Schritte gehört Ja ich meine auch aber So dann müssen sie ja hier rechts in dem Dingen sein Ach ne und die Explosion hat doch 13 Schaden gemacht Ich war auf 97 runter aber durch den Hemoblast hatte ich ja Hab ich ja 100 stehen Hast du das nen Hemoblast in der Runde gefunden? Ja Hier oben Hier oben sind sie drin Ich komm Doch ich komm hoch Im Bunker Ja 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 Gift kommt Ist das Team Ist das Team Ich werfe Dynamit Hau raus Hä das ist nicht explodiert Hau weg und ran Dynamit auch von denen das hat mich erwischt Das Team Ja Nein Noch ein Dynamit. Ich geh down Ich bin tot Nee, dick die Oh fuck it Oh fuck it Ich muss hier aus dem Gift raus Der andere kommt Oh fuck it Sind der hier? Ich sehe wegen dem Gas nix, ich habe ihn nicht einmal getroffen Er ist low Eine T4 Axt, ich gehe da her Ich sterbe am Gift Nein Ich wollte die Axt Ich wollte die Axt Shit, ey Ist 101, oder? Nee, also 1 on 1 on 1 101, die Axt war mir wichtig Ich wollte machen, ich habe meine Axt verloren Das hätte ich gerne die Zuschauer gefragt Wie ich das letzte Dynamit überlebt habe, war unglaublich Die kämpfen in der Mitte, glaube ich Wenn du eine Axt hast, mach Bandagen und dann Mir kann bitte ein Zuschauer, falls er es gesehen hat Shit Der eine ist tot Kennt man mir Nee, noch nicht, oder? Nee, noch nicht, richtig Jetzt ist er tot Und du musst da hin Du musst irgendwie in die Insel, denke ich Auf der Insel, bewegt sich da was? Oh, das ist manchmal so Rechts Mitte Da ist er Der ist ja noch Holz anequipped Nice Klappert der noch? Das sehe ich nicht Relativ viel Nein, ich dachte er nicht runter Nö, ein Ausdauer manchmal Ja, nice Schön, ein T4-Hit Na, harte Du hast noch einen Bogen Schön, ein Hit noch Ja Das war ein lustiges, komisches Ende Meine Axt ist den Berg runtergerollt Ich hätte keine Waffen mehr gehabt Das war alles, was ich hatte Das sah geil aus Vor allem, ich sehe dich halt da nur den Berg runter springen und so Und sehe das Gift Also, Kundern gut gemacht Leute, lasst gerne ein Like dafür da Schaut morgen bei Kunern vorbei Und um 12 Uhr wieder ein Singleplayer-Part Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dahin und ciao Und tschüss